Mein Name ist Petra Liesenfeld, wir sind seit 1967 in Prüm und betreiben mit meiner Tochter Petra Liesenfeld, das Schuhe aus Gottlieb. Wir führen Damen, Herren und Kinderschuhe mit einer sehr großen Wanderabteilung und sind auf dem modisch bequemen Segment tätig. Ich denke, die Menschen in Prüm und der Region wissen die vielen Aktionen zu schätzen, beispielsweise den Prümmer Sommer, den Prümmer Winter oder das Heimatschockenwochenende. Außerdem sind wir einer von vielen inhabergeführten Geschäften in Prüm und legen großen Wertabteilungsumme Wartung.